Musik Hallo schon und willkommen zum Let's Play Together, jetzt mal endlich wieder. Da kam jetzt eine Weile nichts, ich habe ja auch im Infovideo gesagt, dass wir, dass Nick und ich nicht mehr das normale Minecraft spielen wollen, sondern so ein bisschen Abwechslung reinbringen wollen und wir beginnen jetzt einfach mal mit Skyblock. Nick darfst du erst mal begrüßen. Hallo, hallo, hallo. Ja, was Skyblock ist, das wisst ihr hoffentlich, wenn nicht, dann einfach mal bei YouTube gucken oder sowas, da gibt es schon genug Sachen. Ansonsten, ja, könnte man das eigentlich fast als, da ist Holz runtergefallen, du. Nein, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Echt? Gut, ich habe es fallen sehen. Nein, ich habe es fallen. Was, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt! Was habe ich zuletzt gesagt? Warte, warte, ich muss noch, stopp, stopp, ich muss noch Werbung machen. Ich habe einen neuen Kanal, der heißt Xeon. K-Z-E-E-E-O-N. Ne, 0-2-E. Ich packe ihn in die Beschreibung, das ist, glaube ich, besser. Ja, genau. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Weil ich es kann. Oh, wenn jetzt kein Zeppelin kommt. Äh, achso, ja, genau. Es ist sowas wie ein Blind-Let's Play, könnte man fast sagen. Ich kenne Skyblock eigentlich so gut wie noch gar nicht. Ich weiß so in etwa, worum es geht. Ich weiß nicht, hast du schon gespielt? Ja, sehr viel und intensiv. Äh, ja, ich noch gar nicht. Ich habe vielleicht mal so insgesamt 5 Minuten aus einem anderen Let's Play gesehen, aber das war es auch schon. Jedenfalls gibt es, wenn man sich das, ähm, downloadet oder im Minecraft-Forum, gibt es da so eine Liste mit den Zielen, die man hier erreichen soll. Ich muss mal gucken, ob ich die, äh, jetzt hier irgendwie einblenden kann. Ich versuche es einfach mal, dann würdet ihr die jetzt sehen. Das sind ziemlich viele. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich die alle auf ein Bild kriege. Ähm, dann könnt ihr euch einfach mal durchlesen. Äh, eigentlich müsste ich die Liste hier nebenbei auch noch laufen haben. Aber gut, mal sehen, wie weit wir kommen. Äh, wir haben vor, so in etwa eine Stunde aufzunehmen. Wir müssen mal gucken, ähm, falls Nick mal kurz weg sein sollte. Also, ähm, er sich nicht bewegt und ziemlich inaktiv wirkt, dann kann es sein, dass er sich mal gemütet hat und, äh, kurz weg ist. Das kann doch mal sein. So, jetzt können wir aber anfangen. Weil bei uns ist hier gerade sehr viel los zu Hause. Genau. Und ich kann auch nur aufnehmen, weil, ähm, weil... So, raus da am besten. Ah, warte. Ähm, ja, ihr habt schon gesehen. Äh, warte mal, ich kann mal ganz kurz zeigen. Ähm, hier, äh, war am Anfang eine Kiste. Da war ein Eimer mit Lava drin. Den hat sich der Nick schon geholt. Und, äh, ein Eisblock, der jetzt hier schon, äh, steht. Ähm, und der Baum stand hier. Den hat er zuerst abgeholzt, weil das... Wir brauchen ja Holz, um Werkzeuge zu machen und so. Das heißt, Holz ist ziemlich kostbar. Aber noch kostbarer ist die Erde, weil wir haben wirklich nur die Erde und das im ganzen Let's Play. Weil ihr seht, wir haben hier nur die Insel. Hier ist überall nichts. Ähm, das heißt, wenn der Dreck hier weg ist, dann ist alles weg. Dann ist es vorbei. Mehr Dreck haben wir nicht. Da drüben seht ihr noch eine Sandinsel. Und ich glaub, da steht ein Kaktus drauf. Ja. Genau, und eine Kiste. Achso, und noch eine Kiste. Ja, da werden wir dann irgendwie noch rüberkommen. Und Nick meinte, es gibt auch noch, noch eine kleinere Insel irgendwie im Neta. Aber... Genau. Ja, also ich wusste... Ich würde sagen, ich fang jetzt einfach mal an. Hier, du erzählst noch ein bisschen damit... Ja, genau. Ähm, genau. Erste Aufgabe, die, äh, äh, die da stand... Nein, ein Stückchen ist runtergefallen. Ach, geht ja schon wieder los. Ähm, ist ein Cobblestone-Generator. Das heißt, ähm, ihr wisst ja, wenn fließende Lava, äh, also, ja, fließende Lava auf Wasser trifft, dann wird sie zu Cobblestone. Bei, äh, stiller Lava, da wird sie ja zu Obsidian. Und, äh, das nutzt man hier, um eben Cobblestones zu generieren. Weil wir haben ja nur Dreck und wir brauchen ja auch Cobblestones, um andere Sachen zu bauen. Und... Ja, das seht ihr jetzt hier. Der Nick wird das erstmal abbauen. Ich bin erstmal nur so Deko-Element und Quatsche dazu. Genau. Denn... Billige Deko. Billige, also bitte. Von allem so wichtig hier weg. Äh, jedenfalls, ja, ihr seht schon, so viel können wir bis jetzt noch nicht machen. Das heißt, äh, zu zweit können wir noch nicht so viel machen. Weil, ja, bis jetzt ist eigentlich nur Cobblestone abfarmen. Und dann geht's los, langsam so ein bisschen Holz. Äh, ein paar Farmen müssen wir uns anlegen und dann mal schauen. Jut, okay. Ähm, da auf der anderen Insel, ich hab ja schon mal gespielt, ich... Ich sag euch jetzt lieber nicht, was da drüben drin ist, aber, ähm, wir können beide gleichzeitig Cobblestone farmen, wenn wir da drüben mal waren, weil, äh... Genau. Okay, da ist noch ein Eimer drin, also noch ein... Jetzt hat er es doch gesagt. Ja, jedenfalls müssen wir mal gucken, dass wir... Du hast mir ja schon eine Pickaxe eben. Ja. Achso, gut, danke. Mach mal weiter, mach mal weiter. Jut, jetzt darf ich hier die Ehrenfolge... Lass mich mal rein. Ehrenvolle Aufgabe übernehmen, den Cobblestone abzubauen. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ähm, jetzt hab ich's aber vergessen. Naja, egal. Äh. So, ja, wir müssen mal gucken, wenn's dunkel wird... Ja, was ist... Ich muss jetzt mal kurz sterben, um, ähm, weil das Problem ist, wir können ja jetzt hier nicht einfach runterbauen, ne? Warte mal, ich guck mal gleich. Warte. Ja? Deswegen springe ich darunter und befestige diese beiden, ähm, Cobblestone-Blöcke, damit wir noch ein bisschen eine Ebene tiefer kommen können, als das der Dreck ist. Hoffentlich geht's klar... Müssen wir dann tiefer gehen als die Ebene? Nee, oder? Doch, ähm, damit wir erstens den, ähm, Dreck auffangen können, der da runterfällt. Und damit wir, ja, weil, weil ich's kann. Achso, okay. Ich muss mich dann wahrscheinlich gleich TP'n, aber das wird jeder. Ja, wir hatten da nämlich, ja, fang mal an, wir hatten da nämlich ein Problem, wenn wir gestorben sind, äh, vorher in so einem kleinen Test. Da ist uns das immer passiert, dass wenn wir respawned sind, dass wir nicht auf der Insel gespawned sind, sondern irgendwo daneben. Hier ist ne... Da ist was? Da ist, du hast jetzt eine Stein-Pick-X. Achso, gut, danke. Ähm... Wünsch mir Glück. Achso, naja, viel Glück. Äh, jedenfalls sind wir da nicht auf der Insel gespawned, sondern irgendwo im Nirgendwo und sind dann elendig verreckt, irgendwo im Nichts. Ja, fällt out of the world. Na toll, ich wollt grad sagen, da war eben so ein scheiß Backstein. Äh, also im Sinne von ein Stein, der in der Lava backt. Und, äh, ja, ich glaub, ihr seht ihr, da seht ihr es, dass Nick hier von der Insel runterfällt. Ist er noch da? Ja. Gut. Düm, düm, guck mal, ob er angeflogen kommt. Düm, düm, düm. Wo denn? Ich seh ihn nicht. Hallo? Ach da. Du elender Cheater. Ja. Ja. So, es wird dunkel. Ähm. Hier spawnt aber nix. Ja. Denn die Lava ist ja hier, die spendet uns Licht. Und für die kleine Insel sollte es erstmal reichen. Später, wenn wir ein bisschen mehr Holz haben, können wir uns daraus ja auch Kohle machen. Genau. Aber wir brauchen erstmal ungefähr ein Stack Cobblestone. Ähm, was ich mich gerade frage, ich habe die, ähm, die FPS-Zahl bei Fraps auf 30 gestellt. Der zeigt mir aber gerade 60 an. Warum? Ähm, weil... Weil. Wow. Fette Frame-Einbrüche. Hilfe. Da drüben ist ein Enderman. Guck mal. Wo? Auf der Sandinsel. Rufi, guck ihn nicht an. Die wollen nur dein Geld. Meinst du, der teleportiert sich von da nach hier? Das schaffen wir? Ja, das schaffen wir. Wenn er will, schafft er das. So. Da unten liegt noch ein Cobblestone. Wie viel Cobblestone soll ich eigentlich abbauen? Ähm, viel. So viel du willst. Äh, so viel du kannst. Ja, na gut. Mehr habe ich... Ich habe gerade eh nicht mehr zu tun. Hast du noch Holz? Ähm, nope. Hm. Nein, nichts mehr. Wie können wir das Wasser eigentlich wieder auffangen? Eigentlich ja gar nicht, ne? Ähm, ja doch. Wir haben einen Eimer. Ach so, stimmt. Ja. Dann müssen wir erst dann Wasser und dann Lava. Okay. Nee, ich habe gerade überlegt, wenn wir den Cobblestone-Generator dann mal irgendwo anders hinpacken wollen, müssen wir die ja irgendwie... Ja gut, hat sich dann. Ja, ja, wir haben... Wir können das. Gott, du schubst mich nicht in die Lava. Ich weiß gar nicht, ob in den Zielen auch steht, nicht zu sterben. Aber ich glaube nicht. Oder ich hoffe es mal nicht. Ähm, ja. Wenn du stirbst, also dann wäre es scheiße. Wäre halt eher... Wow. So. Er planscht hier ein bisschen rum. Warte, stopp. Wie viele Cobblestone hast du? Ich habe jetzt gerade 38. Nee, 37. Dann gib die mir mal. Dann baue ich hier. Okay, warte. Ich mache es einfacher. Oh, die fallen hier fast runter. Echt? Ja. Nein! Oh, Gott. Ganz knapp. So. Warum hast du da eigentlich so eine Holz... Half-Step hingemacht? Ich meine, das ist ja total verschwenderisch. Nein, nein, nein. Damit das... Damit das... Damit das... Eis nicht... Aber hätte es nicht auch aus Stein sein können? Ja, aber... Das haben wir... Dann hatten wir doch noch gar kein... Achso. Da hätten wir eben gewartet. Hast du ein schöner Holz verschwendet? Hat dir eben gerade noch jemand gesprochen? Nee. Ähm... Nein. Nee, wir sprechen hier gerade über TeamSpeak und sind da auf einem Server oder so. Genau, da können auch andere joinen. Also, rein theoretisch könnte es funktionieren, dass hier noch jemand anderes auf einmal kommt und dann mit uns quatscht, aber... Okay, das ist ja nicht so schlimm. So, was machst du denn hier? Achso, ja, er baut hier aus. Ich habe die besonders ehrenvolle und äußerst aufregende Aufgabe, hier Kabuston abzubauen. Ja, das ist sehr wichtig. Wichtig schon, aber langweilig. Gut, dann mache ich das. Ja, ich weiß gar nicht. Ich hatte noch... Wir brauchen... Wir brauchen... Warte, 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 warte. Darf ich Dreck abbauen? Nein, du darfst gar nichts. Nein. Wir müssen jetzt auf jeden Fall darüber... Wichtig, weil... Du kannst... Du weißt nicht, was du jetzt machen kannst. Warum müssen wir darüber? Ähm, weil da ist ein Eisblock drin. Das ist doch ja, dann haben wir eben erstmal nur einen. Guck mal, wie viele Steine wir brauchen, um darüber zu kommen. Aber dann können wir gleichzeitig... Dann können wir gleichzeitig Kobuston abbauen. Ach. Dann guck mal, das ist... Wissen wir, wie weit das ist? Da brauchen wir... Oh ja, stimmt, das nutze ich nicht. Lassen wir noch ein bisschen warten. Lassen wir uns erstmal ein Haus bauen. Und ich will mir mal eine Schaufel machen. Hast du noch, äh, Holz? Ähm, hier. In dem Gestür. Wo ist hier? Ach da. Ich kann doch eigentlich schon Dreck abbauen, oder? Hier oben den Dreck brauchen wir doch eh nicht. Ach doch, nee, der bleibt... Ja. Oder? Ich weiß nicht. Ich kann den mal abbauen. Warte doch, warte. So. Oh, was ist denn hier los? Ah, ich hab ein Piepen im rechten Ohr. Oh nein! Oh, klingt das scheußlich. Saplings kann man abbauen, ne? Ne, ich bau ihn mal lieber nicht ab. Lass ihn lieber. Hast du noch ein Sapling? Ne, ne? Nein. Nein! Dreck ist verbrannt. Du Monster. Naja, wir haben noch ein wenig. Oh. Ja, es kann... Oh Gott, da ist ja schon... Ja, es kann nochmal ab und zu passieren, dass bei mir das ein bisschen rumspackt. Ähm, oder rumleckt, besser gesagt. Denn... Ja, ihr wisst ja, mein scheiß Internet und... Ich bekomme aber übrigens Besseres. Ich weiß nur nicht wann. So. Äh, wie viel Dreck sind das hier eigentlich insgesamt? Weißt du das? Ne, ne? Irgendwas mit um die 40 oder vielleicht sogar ein Stack. Äh... Ja, wie ihr seht, er baut da so ein bisschen aus. Ich kann ja nicht... Nein, es ist noch ein runtergefallen. Okay, egal. So. Okay. Äh... Verdammt. Ja, man muss sich hier sehr konzentrieren. Ansonsten kann hier viel schief gehen. Oh, ist das professionelle Arbeit hier. Diesen Dreck abzubauen. Jetzt kann das eigentlich auch weg. So. Ich baue mal hier so eine kleine... Oh! Plattform. Da habt ihr eben gesehen, da hat es wieder rumgebackt bei mir und ich bin fast runtergefallen. Oh, Moment mal. Hier könnten jetzt Sachen spawnen, aber das wäre ja auch nicht so schlimm. Machen wir die kalt. Genau. Mit, äh, der Steinspitzhacke. Oh, ich hab immer noch dieses Piepen. Was piept denn hier, verdammt? Oh. Hast du... Hat dir jemand ins Ohr geschrien? Ich weiß nicht. Nein, eigentlich nicht. Musst wohl du sein. Gar nicht. Okay, ich schrei auch manchmal rum. Ah, was machen wir eigentlich mit Essen? Was sollen wir denn essen? Ähm, dazu müssen wir auf die andere Einsel. Ach so. Ist der Mond... Bei mir ist der Mond grün, oder? Oder ich... Ja. Ich glaube nicht, dass er grün ist. Das wäre unlogisch. Ach, was mache ich denn? Ich baue mal hier unten ein bisschen weiter aus. Wie viel, wie viel Koppelzone hast du? Ich hab jetzt noch 14. Ich jetzt auch. Jetzt hab ich nur noch 12. So, Baum, 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 1, 2, 3. Ich würd sagen, Baum, wir bauen jetzt mal eine Baumfarm. Ist hier, hier ist ja Bedrock. Ja, ein Bedrock ist da. Warum? Weil ein Bedrock da ist, keine Ahnung. Das verstehe ich nicht. Aber egal. Ah, Wasser, scheiße. Mach zu. Naja, ist ja egal. Ist ja nicht so schlimm. So, hier muss man noch der Cleanstone... Äh, der Cobblestone weg. Ja, ihr seht schon, ich reiß den immer wieder ab und baue dann... Da seht ihr das Wasser fallen. Wie episch. Äh, und baue dann, ähm... Unter den Dreck noch Cobblestone, damit der mir nicht runterfällt. Nicht so wie bei dem Nick, der ja einfach den Cobblestone fallen lässt. Wo ist der Sapling? Achso. Ich fuhre kurz ab. Yeah, 1 Sapling. Gut. Oh, nein! Was hast du getan? Ich fände aber die Aufnahme. Ja, du hast... Jetzt ist nicht die Lava weg, oder? Doch. Alter! Wie geht's denn? Was hast du da raufgebaut? Gar nichts. Ich hab gar nichts angepasst. Achso, du hast die... Äh, du hast die... Du hast die Lava zu... Äh, von der fließenden Lava zu stillen Lava gemacht. Und dann ist sie zu Obsidian geworden. Lol. Du musst da aufpassen, dass du keine Steine wegreißt, damit die Lava... Äh, damit die... Äh, das Wasser sich bewegt. Weil dann wird sie zu Obsidian. Okay, warte. Das schneidest du raus? Das schneide ich doch nicht raus. Ist alles uncut hier. Die dürfen ruhig sehen, wie sehr du failst. Nee, das ist... Nee, ich... Ich hoffe, ihr verzeiht es ihm. Er ist ja... Du hast schon wieder... Was machst du denn hier? Ähm... Ja, cheatet sich jetzt einfach mal schnell. Lava. Gar nicht. Doch. Doch. Ja, tut uns leid, aber... Er passt jetzt... Er passt jetzt auch auf, damit das nicht nochmal passiert. Ich glaube, ihr wisst selber genau, wenn ihr diese... Das ist falsch. Das kannst du so nicht machen. Du musst... Was hast du getan? So, und jetzt... Jetzt, 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 jetzt. Moment. Einmal Wasser. So, Wasser. So, ihr hört gerade die Musik, die euch vielleicht bekannt vorkommt. Ich habe ja in Minecraft Let's Play schon gesagt, dass ich meine Musik-Playlist etwas erweitert habe. Ihr hört jetzt gerade die Musik von Jamaican Beats. Der übrigens echt geile Sachen macht. Äh, der Kappestorm muss hier weg. Der hier. So, ansonsten können wir noch nicht abbauen. Aber gut. So, warte, ich habe mir noch einen Lava-Eimer. Die werfe ich einmal kurz runter. Und so auch. So. Und weiter geht's. Das war aus Versehen. Das... Das war ich nicht. Das sind... Entschuldigung für dieses Fail. Für diesen Fail. Für dieses Fail. Für dieses Fail. Für das Fail. Lalalala. Kohle, Kohle, Kohle. So. Okay. Ja, ich gucke erst mal, dass ich unten den Dreck wegkriege. Baut das so ein bisschen aus. Äh, hast du noch Cobblestones? Kannst du...